Herzlich willkommen zum Video-Tutorial zur LPM Calliope Mini-Karte 1. Calliope Mini auf einen Blick. Das hier ist der Calliope Mini. Klingt komisch, ist aber so. Der Mini ist ein Mikrocontroller, der von der Calliope G GmbH produziert wird. Mit ihm sollen Grundschüler zukünftig an Grundlagen der Informatik herangeführt werden. Dafür hat der Mini einige Features im Gepäck. Sofort ins Auge fallen die sechs goldenen Ecken. Die beiden oberen können verwendet werden, um eine Batterie anzuklemmen und den Mini so mit Strom zu versorgen. Die übrigen vier Ecken werden mit PIN P0, P1, P2 und P3 bezeichnet. An sie können zum Beispiel Sensoren angeschlossen werden. P1 und P2 sind zudem berührungsempfindlich. Wer keine Batterie an die Ecken anklemmen möchte, hat zudem die Möglichkeit ein Batteriefach anzuschließen. Oder den Mini via USB-Kabel von einem Computer aus mit Strom zu versorgen. Das zweite, was deutlich hervorsticht, ist die 5x5 LED Matrix. Sie kann so programmiert werden, dass sie Buchstaben, Zahlen oder Bilder anzeigt. Auch Laufschriften sind möglich. Unter der LED-Matrix befindet sich eine Multifarb- oder RGB-LED, die je nach Programmierung verschiedene Farben annehmen kann. Der Calliope Mini besitzt drei Knöpfe. Einen weißen Reset-Knopf, mit dem der Mini zurückgesetzt werden kann, sowie einen roten A- und einen blauen B-Knopf, die frei programmierbar sind. Unterhalb des A- und B-Knopfes befindet sich jeweils ein Growth-Anschluss. Dort können Peripheriegeräte wie Sensoren angeschlossen werden. In einer zukünftigen Version des Mini sollen die Positionen der Growth-Anschlüsse und des A- bzw. B-Knopfes ausgetauscht werden, damit man diese besser erreichen kann. Das flache Bauteil unterhalb des B-Knopfes ist ein Lautsprecher. Links neben dem B-Knopf befindet sich ein Mikrofon, das Töne oder Sprache aufnehmen kann. Ein besonderes Highlight des Calliope Mini ist der Lage-Sensor. Bei dem Bauteil unter dem A-Knopf handelt es sich um einen Multi-Sensor, der einen Beschleunigungsmesser, einen Bewegungsmesser sowie einen Kompass vereint. An dem zweiten und dritten Pin unter dem Wort Prozessor lassen sich bis zu zwei Motoren an den Mini anschließen. Zusätzlich verfügt der Calliope Mini über Bluetooth, um mit anderen Geräten zu kommunizieren. Die Rückseite des Mini ist beschichtet und kann beschrieben werden. Ein Kind kann hier beispielsweise seinen Namen darauf schreiben, um ihn zu erkennen. Wie Sie Ihren Mini programmieren, erfahren Sie im Video-Tutorial zur LPM Calliope Mini-Karte 2. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Mini. Seien Sie kreativ! Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Programmieren. Wir wünschen Sie mehr ein Ausblico bei dieser Töne oder Briefszeit. Das war die Töne oder Briefszeit für Ihre Zeit. Und das war die Töne. Wir wünschen sich also wir es in der Töne. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der Töne.